Moin Moin und herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Theorim. Ja, jetzt geht's weiter mit Championship Manager 2001 und 2002. Ja, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Juhu! Juhu! Ja, letztes Spiel. 4 zu 4 gegen Osnabrück. Das war eine knappe Kiste, aber wir haben trotzdem zumindest einen Punkt mit nach Hause genommen. Wir stehen jetzt auf dem achten Platz mit vier Punkten. Ja, zehn Tore haben wir geschossen insgesamt Dortmund. Ah, die Amateure haben ein Tor mehr geschossen als wir. Ja, mal gucken. So, unser nächster Gegner ist Bidim, Bidim, Kepnitzer FC. Joa, so sieht die Mannschaft aus. Ähm, okay. Amateure Mannschaft kommt hier nicht, okay. Ich habe währenddessen nochmal geguckt, nach einem Spieler, was wir vielleicht uns holen könnten. Und zwar hat den hier, ein mazedonischer, offensiver Mittelfeldspieler, zentraler. Dribbling recht gut. Also, die könnten wir uns holen. Schauen wir mal, bin ich, bin ich, bin ich. Jeder dumm dumm, den könnten wir immer weiterschauen. So, ja, im Hintergrund pennt mein, oder unser, kleiner Hund. Sprich, wenn ich spontan weg bin. Ja, der fängt an zu pischen hier. Dann muss ich ihn schnell schnappen. Der ist acht Wochen alt, der Kleine. Der muss erst nur noch Stuben reinnehmen. Aber das dauert noch. Ähm, was hier ist hier los? Palsam. Ja, wir möchten die gerne haben. Äh, behalten. Neuen Vertrag anbieten. Okay. Wir könnten ja die Mannschaft aber auch eine Verstellung nochmal angucken. Ich möchte gerne diese, äh, äh, anbieten haben. Danke schön. Und ich möchte gerne eine Impressing-Ariante nehmen. Nochmal alles zu löschen, bitte. Und, okay. Ich, als Tod. Ich hier im Frauener Gang, Ich Dadoida-Dim, Nehmt das Rose... Den kommt... ...da hin... ...Jugelheit... ...und... ...ich da hin... ...Ibrahim... ...Ibrahim... Hm... ...Ibrahim ist auch recht gut... ...Jugelheit... ...Nee... ...Hebrahim... ...Nein... ...Hallo... ...Du bist... ...da schön... ...Mhm... ...Dann möchte ich... ...Dich... ...Acht haben... ...Sprechst du... ...Dann links... ...Rechts... ...Und dann... ...Möchte ich... ...Als Torwart... ...Bitteschön... ...Die Eins... ...Dann möchte ich... ...Dogan mithaben... ...Dann möchte ich... ...Ihn mithaben... ...Ihn mithaben... ...Und... ...Ein Mittelfeldspieler... ...Empel... ...Sehr schön... ...Und weiter geht's... ...So... ...Ungefähr... ...Hab ich mir die Mannschaft... ...vorgestellt... ...So... ...Ja... ...Wenn ihr Themen habt... ...Woüber ich reden kann... ...Schreibt das bitte in den Kommentaren rein... ...Werde ich das zukünftig mal ansprechen... ...Nö... ...Ja... ...Ich muss immer einen kleinen Blick nach hinten wagen... ...Ähm... ...Tol... ...Nimmt leichtes Training auf... ...Das ist schön... ...Und Balsam bleibt bei uns... ...Das ist auch schön... ...Ähm... ...Ja... 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 ...Haben wir eigentlich... ...Ein... ...Müssten wir eigentlich haben, ne... ...Ein... ...Nachhause geschickt... ...Allo... ...Genau... ...Ein... ...Ein... ...Wesuche... ...Toilette beauftragen... ...Verein... ...Ein... ...Ein... ...Wie geht das... ...Verein... ...Ich möchte gerne... ...Er... ...Er... ...Beobachtet wird... ...Genau... ...Dir... ...Probe... ... ...Eine... ...Notiz erstellen... ...Grund... ...Legen Sie die Details... ...der Notiz... ...Über... ...Fest... ...Nö... ...Ich möchte lieber von... ...Hm... 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 ...Wie macht man das... ...Leutings... ...Schippitsnamen geben... ...Das möchte ich nicht... ...Ich möchte ihn beobachten... ...Ich will sogar mit Rechtsklicken irgendwas machen... ...So funktionen die doch gar nicht... ...Iri... ...Prol... ...Zeit anbieten... ...Könnten wir machen... ...Vier Wochen... ...Gucken ob er zu uns kommt... ...So... ...Das war der Dienstag... ...Jetzt kommt der Mittwoch... ...Jetzt kommt ein paar Länderspiele... ...Sehr schön... ...Sportfreude Siegen... ...Holt sich... ...Markus Reiter... ...Ein... ...Linke... ...Beteiliger... ...Freientransfer... ...Okay... ...O... ...4... ...2... ...1... ...Kofu... ...Warte... ... ...Rop... Ja, wenn ihr den Link auch gerne haben wollt, wo ich das Spiel runtergeladen habe, schreibt das in den Kommentaren rein, dann werde ich das in die Beschreibung reinpacken, den Link. Ist alles kostenlos, alles legal, also, dann kommen wir mal ein bisschen schneller hier zur Sache, ich werde mir jetzt mal einen Schluck hier nehmen, Prost. Gegen Chemnitz FC, mal schauen. Karpuk erleidet Verletzung, wird für eine Boros zuschauen müssen, ok. Kohler, der Experte hatte behauptet, dass Kohler mit seiner außerordentlichen Kopfballfähigkeit den Veteiliger in ganz Deutschland das Fürchten lernt. Ja, kannst du wohl haben. Wolfsburg verpflichtet den Uwe für 600.000, ok. Jo, und der Gute kommt zu uns. Das ist so schön. Bestätigen wir. Wir können ja gleich ein Debüt feiern. Und zwar 16. weg. Und, also einen Tag warten müssen wir noch. Und, also einen Tag warten müssen wir noch. Dump, 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 dump. Dump, 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 dump! Jo, macht Spaß, nimm dich nicht. Lars Jakobsen. Geht nach Stuttgarter Kickers für ein Jahr. Bis zu 2001. Nicht mal. Hat erschienen. Bis zum Mutter. Auf Leihbasis. Okay. Der Krebs. Hallo. Pass mal auf. Training. Du gehst bitte hier schön hin. Nein. Andersrum. Du gehst hier hin. Und du gehst da hin. Den kannst. Ähm. Wo ist er? Du rein. Steht da bis lange er bei uns bleibt? Bis zum 15.09. Okay. Ja. So gefällt mir die Mannschaft gerade. Ja. Ich glaube neue Spiele brauchen wir nicht. Ja. Im Hintergrund sehen wir jetzt besser. Das ist der. Jetzt muss ich leider passen. Vierter. Genau. Vierter Spieltag. Wie gegen den Chemnitzer FC. So sieht der allgemeine Spieltag aus. Und dann gehen wir mal. Ins Spiel. Würde ich mal sagen. Ja. A-Tacke. Und los geht's. So. Rose krätscht schon mal den Ball weg. Jetzt kommt ein Einwurf. Er. Ein Kurzpass auf den Fuß von Emboma. Emboma spielt flach an den langen Pfosten. Messley geht das Wischen. Er kann den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Der Ball überquert die Seitenauslinie. Melhorn wirft ein. Emboma spielt flach an den langen Pfosten. Messley lenkt den Ball weiter. Eckball. Das geht ja schon gut los hier. Dove bringt den Ball vorwärts. Das ist so schön. Spiel ein Doppelball mit Melzing. Dove wartet ab. Dove legt den Ball zurück zu Schössans. Er schlägt den Ball über 25 nach vorne. Messley passt nach links zu Rose. Rose schickt den Ball zu Jurgeleit in den Strafraum. Schöne Ballannahme durch Jurgeleit. Mit einem Weitschuss. Ein Schuss wie ein Strich. Hoch, weit vorbei durch Jurgeleit. Großer Fußballer von Kiel. Ja, schön, dass großer Fußball ist, aber wir brauchen Tore. Wir brauchen Tore. 32 Minute. Seidel wirft ein. Dove spielt den Ball... Ball... Seidel versucht, Dove flach anzuspielen. Dove bringt den Ball vorwärts. Dove bringt den Ball in die Mitte. Ja, 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 ja. Schöne Ballannahme durch Dove. Dove spielt flach an den langen Pfosten. Jurgeleit läuft sich frei. Tregis gibt ihm den Ball. Ja, 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 Tregis. Ja, 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 ja. Messley donnert den Ball. Doch der Ball geht daneben. Ja, aber so langsam kommen wir ins Spiel. Seidel versucht, Rose flach anzuspielen. Mit einem Flachpass nach links. Spielt Rose weiter zu Messley. Messley spielt Ibrahim hoch an. Aber Walter hat den Ball abgefangen. Aber Schössland läuft zum herrlosen Ball. Schössland schaut auf. Er schlägt den Ball nach rechts zu Dove. Dove lupt nach links zu Ibrahim. Ibrahim spielt den Ball mit dem Kopf. Seidel übernimmt den freien Ball. Ja, 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 ja. Messley läuft sich frei. Seidel gibt ihm den Ball. Ja, 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 ja. Messley hämmert den Ball mit rechts. Oh. Der Torwart hält den Ball fest. Genau. Sehr schön. Walter übernimmt den freien Ball. Mit einem Flachpass nach links. Er spielt zu Zyperhölf. Weiterhin zu Mboma. Aber Rover köpft den Ball nach vorne. Walter nimmt sich den Ball des Balles an. Er schickt den Ball zu Krieg in den Strafraum. Krieg und Melzing springen zum Ball. Kopfball durch Krieg. Abschluss. Zwei Minuten Nachspielzeit. Uiuiuiuiui. Und Halbzeit. So. Dann gucken wir mal. Ganz grob gesagt, möchte ich die Mannschaft erstmal so lassen. Bis zur 60. Minute. Chemnitz wechselt gleich zweimal aus. Erzin soll Mboma ersetzen. Und Melhorn wird heruntergenommen. Und Lordeley ist nun im Spiel. So sieht die Chemnitz-FCs Taktik aus. Okay. Das ist nun mal eine Variante. Hat man ja keine Chance. Okay. Schauen wir mal. Ibrahim geht dazwischen. Hauptmann holt sich den Ball. Mit einem Kurspass. Zu. Jüris. Rose legt den Ball. Ab zu Ibrahim. Ibrahim spielt nach vorne. Ein Flachpass auf dem Fuß von Messley. Messley spielt den Ball nach links. Ein Kurspass auf dem Fuß von Jürgen leiten. Das war glaube ich abseits. Oder. Wurde von City. Okay. Okay. Ja. Wir wollen jetzt auch wechseln. Schmidt ersetzt CD bei Chemnitz FC. So. Ich möchte gleich den neuen einsetzen. Und zwar. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe für ihn hier. Ich möchte mich immer auf dem Fall machen. Sag 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 sag. Offensive battlefield. Das machen wir. Ibrahim. Du bist ein guter Spieler. Aber erhol dich jetzt. Oder ihn. Nein. und zwar gegen den heute ja genau und weiter geht's hier wechselt genau neu muss die gegen märzli rose die im kopf scherzand lobt nach vorne ibrahim geht zum ball ibrahim versucht ruhe ins spiel zu bringen ibrahim erhobt den ball mit geschickten körper täuschungen stellt den ball auf den fuß versucht sich von hoppmann zu lösen 25 meter vor dem tor sucht ibrahim anspielstationen er schickt den ball zu seidel in den strafraum ist frei im strafraum mit ein boli schuss mit ein boli schuss er verfehlt das tor völlig rose zu dove dove spielt die beiden strafraum hat so war nur er sind vorbei ja es sucht an walter vorbeizukommen er hat den nachsehen gegen dover er flankt den ball zum mitte seidel gewinnt den luftball gegen schmidt seidel mit dem mächtigen kopfstoß es geht weiter mit einem eckstoß wie sieht das mit die kunden die sonne aus juggelite juggelite komputer und dann kommt der der gute ran und attacke und attacke die ecke wird durch dove getreten oben lässt ja ja wo werde ich den morgens gibt er hat kaum platz macht nix er spielt auf der top hat hat ihn bald sicher ja kleinsteilbe hat den ball er spielt einen lup nach vorne wo verschlägt die ball über 30 meter nach vorne die pro ihm mit einer geschickten drehung die vor ihm steckt ein hagen um hauptmann die bei ihm für seinen vorstoß weiter sehr gut er zieht mit voll sparen ab und jemand 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 dort allein klärt zircson läuft zu den herrenlosen ball aber chemnitz widersteht den druck mit einem flach pass nach links ja nur null ist auch gut sich pf ja er gibt es ab so weiter weiter mit strafraum und links jüris nein nein jüris im strafraum von kiel nein 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 er sich für die ball annehmen leute geht da zwischen melzing gewinnt die luftbahn gegen ersinn ins tor ausgeköpft durch melzing es geht weiter mit einem eckstoß so meine letzte auswechslung auswechslung ne warte ich noch er spielt kurz na walter spielt den ball nach rechts zu los geht na knacke eber eben bereinigt die situation jetzt kommt ein verteidiger noch mal rein ja 3g hat den ball jetzt er spielt einen loop nach vorne er kommt nicht an alt vorbei ja 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 3g nimmt sich den ball an ja seidel hat den ball jetzt kommt nicht an alt vorbei dogan wechsel ich für ihn ein wie macht sich der neue 6g hat taktik vergessen ich wollte offensiv jetzt totale offensiv machen ne nein er liebt ihnen den ball zu Doch Schürsand riecht den Braten. Er gibt so Rose. Rose. Mit dem Kopf quer. Dreiges Köpf den Ball nach vorne. Ja, Seidel. Seidel. Einloppen über Hiemann. Ah. Der Torwart lässt doch den Ball fallen. Ah, der Torwart ist recht gut. Oh, von kommt er eigentlich her? Von Wolfsburg. Okay. So. Totale Offensive. Ich weiß nicht, ob das was auch so bedeuten hat. Mach ich einfach. So kann man doch kein Spiel gewinnen. Ach, Jürs ist im Strafraum von Kiel. Jürs spielt ein Heber in den Strafraum. Krieg gibt ihn. Ja, Ersin. Ersin nimmt den Volley an. Oha. 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 Schlussschiff. 0-0. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. 0-0. Gegen Chemnitzer FC. Hier können wir mal langsam wieder durchgehen. 5-0. Regenburg gegen Schweinfurt. Können wir da mal kurz mal reingucken. Gab morgen eine rote Karte. So, nächstes Spiel ist gegen Uerdingen. Einmal kurz um die Mannschaft mal gucken. Oh, 14 Tage. Die Mannschaft noch mal gucken. Dankeschön. Zauberland. Wollte ich gerade sagen, da kommen wir von dort. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ich würde mich freuen für einen Daumen. Ne? Daumen hoch. Ein Kommentar. Ein Abo. Was man so alles machen kann. Und, ja. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir noch viel Spaß bei meinen anderen Videos. Und, ja, bis zur nächsten Folge, ne? Wenn das wieder ist, die Riebensock Championship Manager 2001-2002. Bis dahin. Bye, bye.